Also Leute, in der nächsten Woche werden wir die Top 4. Kennst du das? Ja, ich hoffe es. Hast du den 100.000 Euro-Shot gehört? 100.000 Euro? Nein, das habe ich nie gehört. 100.000 Euro? Ja. Für einen Shot? Von woher? Von Midcourt. Aber das ist nicht für die Spieler. Das ist für die Fans. Und es werden einige Leute, die aus den Ständen gewählt werden. Und vielleicht jemand, der nicht Basketball spielt, fragt, wie sie aus der Midcourt spielen. Hast du einen Anwesen? Sehen Sie direkt. Mach sicher, dass du es da gehst. Du willst nicht sein, der 10 Meter lang ist. Mach sicher, dass du es da gehst. Würdest du mir etwas zeigen? Ja, ich habe dich. 100.000 Euro! 100.000 Euro! 100.000 Euro! 1.000 Euro! 1.000 Euro! Okay, verdammt du es so? Das nàyit ist etwas so. 2.000 Euro! 1.000 Euro! Also Leute, du hast einen großen Fehler gemacht. Ich muss dir zeigen. Das ist ein großer Fehler. Ich nehme dir das zu Ihnen. 1.000 Euro! 1.000 Euro! 1.000 Euro! Das bedeutet, dass du nicht über die Linie steckst. Auch nach dem Spiel. Warte, also müssen sie stationär sein? Nein, du kannst zurück gehen, aber du kannst nicht über die Linie stecken. Warte, flex und leichter. Das geht dir. Warte, nicht mehr. Es gibt Sinn, nicht mehr. Das ist krank. Falscht. Falscht. Das ist schwer. Das ließ es. Du mögen es einmal? Ja, das ist in drei Korps. Dann hast du hier Person lên. Statt nach dem Flug. Ja, vielleicht. Kann ich noch mehr? Sure. Das war zu gut. Das war zu gut. Das war zu gut. 100,000 Euro. Jetzt können wir sehen, ob es möglich ist. Es ist definitiv möglich. Alles, was du tun musst, ist, dass du direkt aufhörst. Alles, was möglich ist. So, danke, Leute. Bis zum nächsten Mal, Top 4 Action. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.